Musik Tagesenergien, Sonntag, 2. Februar. Es ist Maria Lichtmess, der endgültige Abschluss des christlichen Weihnachtsfestes. Im keltischen Imbolg, Birgit, die Wiederkehr des Lichtes, das neuen Lebens. In der Bauernschaft der Start des neuen landwirtschaftlichen Dienstjahres. Es gibt viel Umsetzungskraft, aktive Körperkraft, Sport und frische Luft und Licht bauen Sie auf. Gehen Sie angstfrei und selbstsicher vor, das fällt mit der heutigen Energie sehr leicht. Sie können sich selbst an diesem Tag des Lichts leicht ins rechte Licht setzen.